Das heutige Video wird dir präsentiert von gts2mp.de Deinem offiziellen deutschen Forum vom Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Wir müssen doch hier raus Ne Spaß Ist mir sowieso nicht egal Ich werde geradeaus weiterhelfen Hätt ja sein können Ha! Damit kriegst du mich nicht Vielleicht mit Legs Also mit Legs In Anführungsstrichen Lass das bloß sein, Alter Da habe ich ganz schlechte Erfahrungen Da war nämlich beides auf 100% hier, ne? Ja Schaden Ich bin auch durch die Map geflogen, es tut mir leid Beziehungsweise du ja nicht, aber ich bin durch die Map geflogen Ja, dafür war bei mir alles am Arsch Ja, wir müssen hier raus Musst du hier runter? Ja Auch schön, dass du mir das mal sagst, das ist ja gut Thomas rast nicht so Weißt du, ich kenne nur einen Gas Ich weiß Da können sich die Leute wahrscheinlich auch wieder was Falsches rein interpretieren Du, die Leute machen ja was zu wollen Ja, sag halt die nur Das wird auch mal um mich im Raum stand, ne? Ja, ja Gut, weil ich ihn ernst genommen habe und ihn mal lustig fand, aber trotzdem Ja, ja, das stand in meinem Raum, das stimmt Wieso fahren wir jetzt über Berlin runter, was soll denn die Scheiße hier? Ja, hab ich das Navi programmiert? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ne, tu ich auch nicht So, den Format rein, 11. Gang reicht, fertig Du mit deinem ungeraden Gang, ist ja ekelhaft Okay Wenn's dir besser gefällt Immer schön, 2, 4, 6, 8, 10, 12 Mehr brauche ich nicht Zum Leben Ne, ich drücke, ich drücke Knöpchen Das ist auch wieder so eine tolle Straße hier Da weißt du auch nicht, wo die Spur anfängt und aufhört So Mir sagt das Ding jetzt, ich soll unbedingt wenden Bitte wenden! Ah ja, das programmiert sich schon hoffentlich Wenn möglich, bitte wenden! Hm, kannst ja nach Berlin Immer rechts raus Ja, das hat's jetzt auch gerade vorgeschlagen Ja, ehrlich Oh, scheiße Könnte als Navi anfangen Ah ja, ja, jetzt kriege ich aber Rukla, du Die mit ihren Rundum funzeln, ey, servit dir Da war schon wieder so einer Wollte gehörts absichtlich auch mal an Dass bei denen auch die FB schön guter kacken, ey Ihr verdammt Wichser Ey, es ist aber auch wirklich schlimm und unnötig, ey Weil die zählen wirklich so viel FPS Ey, das sehe ich doch sogar bei mir selber Wenn ich die FPS anmache Ich habe jetzt 100 FPS Wenn ich jetzt die Funzeln anmache, habe ich nur noch 60 FPS Ja Das ist heftig Wie viel da zur Berechnung gebraucht wird, ey Hast du ein Thema mitgebracht heute überhaupt? Nee Aber wir sind ja noch ein bisschen unterwegs Äh, nee, du? Ey, nee Außer, dass wieder, ne, viel Scheiße passiert Ah ja, die Scheiße passiert sowieso immer Ja, ja Außer, dass ich mir jetzt mal ein neues Handy besorgt habe Eigentlich nicht Du hast ja ein neues Handy besucht? Ein Samsung Galaxy S5 Ja, es ist ja ein Droid Natürlich Irgendwie fahre ich schneller als du Ja, lass das doch mal Ich fahre 90, wie erlaubt? Äh, lass das doch mal 80 ist erlaubt außerdem Jetzt hab bloß so viel zu 80, Alter Nein, ich fahre 90 Aber im Prinzip ist nur 80 erlaubt Ich fahre mit Tempomat Ja, gut Was? False reporting You're wasting my time There are 70 reports Ja Also, äh, immer viel zu tun hier anscheinend Die brauchen auch echt mal Ingame-Admins, ey Ich stelle mich gerne zur Verfügung Dann ist das aber hier bald leer Aber dann sind wir jetzt nur um Leute drauf, die vernünftig waren Na gut, dann wäre ich ja nicht mehr drauf Deswegen ist ja auch keiner drauf Ne, also Was heißt vernünftig? Einfach Guck dir manche Leute an Das ist ja schon weit abseits von Allem Einfach von allem Also, weiß auch nicht Was manche Leute sich denken Kommt schon wieder nicht Danke Ich weiß Möchtest du nochmal raus, Thomas? Nein, ich brauch nicht danken Okay, er freut mich Ich hab noch 1500 Lieder drin Recht Wie viel geht denn bei mir rein? Oh, 650 Ich fahre weniger Ja 650 oder 700 Ich glaub 700 passt rein Ah, reicht mir Dafür verschleudert man auch nicht so viel Ah Da versteuert das gleiche Das glaub ich nicht mal Der Unterschied ist nur, ey Dass ich einen größeren Tank habe Weil ich nämlich die zweite Achse gespackt habe Ich fahre jetzt damit noch fast 3000 Kilometer Ja, ich fahre 2000 Wie viel passt in deinen rein? 1300 Na gut, dann tut sich das wirklich nicht viel Obwohl Ne Dann tut sich das nix Egal Gibt Schlimmeres Die sind verdammten Hooper, ne? Mhm Die können's auch nicht lassen, ne? Ich weiß nicht, was du meinst Schlimm, ne? Ganz furchtbar, solche Leute Die gehen mir richtig tierisch auf die Eier Aber dafür wird ja auch gekickt Exzertives Hupen Jo, kannst du mir gleich mal reporten, Alter Dann reporte ich dich aber auch Ich hab Videobeweis, du nicht Joa, wer sagt denn, dass meine Aufnahme dich schon läuft? Weil ich sie nicht glaube Läuft aber schon Ne, glaub ich sie nicht Ja, ist so Die Frage ist dann, warum solltest du das tun? Lass mal probieren Dann musst du sie dann wieder zu löschen Achso Friest du bei mir keine FPS? Gut, was nimmst du dann auf? Biddleblech Na gut, das ist eine andere Sache Shadowplay habe ich noch nie ausprobiert Ja Äh, Shadowplay habe ich noch nie ausprobiert Keine Ahnung Oh, scheiße Thomas, immer hoch hier Du hängst mir ein bisschen im Nacken, kann das sein? Nö Sah grad so ein bisschen von deinen Lichtern so aus Musst du bremsen, oder wat? Du sieh Ja, da kann ich auch nix für Sicherheitsabstand, Thomas Sicherheitsabstand Ich steh mit deinem scheiß Sicherheitsabstand, ey Ja, wir sind ja gleich da Meine Güte Was heißt denn hier gleich? In 30 Kilometern Jo? Ja Außer, schau mal her Da ist ja recht wieder gute Laune Direkt wieder gute Laune Hier müssen wir abfahren Wieder diese scheiß Hooper Könnte ich mein Lenkrad kaputt machen Achtung, Thomas, bremsen Steilabfahrt Capretada Ja, das ist ja wunderbar Ist das hier einspurig? Ich bin mir da immer noch nie sicher Das sieht so aus, ne? Mit dem Schneemord weißt du nie Wir dürfen eigentlich nur 60 fahren, ne? Ich weiß, ich brems grad ab Aber ich kann ja nicht direkt wieder voll in die Eisen gehen Dann schleiß mich ja wieder an Wollte ich mal gesagt haben Ich bin ein Wichser, Alter Da geht der wieder voll in die Eisen hier Bin ich ja eben nicht Wir können gerne auch versuchen, nebeneinander zu fahren, Thomas Wenn du das ausprobieren möchtest Jo, sehe Kein Thema Okay, komm Ich kann ja fahren Ich auch Oh, 50, Thomas Abbremsen Ich glaube, hier könnte sogar wirklich zweispurig sein Obwohl, ne, das glaube ich nicht Normalen Spielern kannst du sowas wieder nicht zutrauen Hast du schon vibrieren im Lenkrad, oder was? Nö Aber trotzdem Aber fahr mal vor, ich weiß nicht, wohin du musst Oh Herr Tomtitz Kann ich rüber? Ja, ja Gut, will ich sowieso Jetzt bitte nicht so rasen Alles klar Wo muss ich hin? Links, rechts? Geradeaus Das habe ich auch noch gemerkt Aber auch wieder keinen Schaden gekriegt Ja, aber ich dafür, ne? Ist ja lustig Ja, wir können weiter Ja, ich das auch Sogar zieh mich Kannst du mir gleich alles heimzahlen in deiner Aufnahme Da fährst du ja vor Brenn es lieber ein bisschen früher ab und fahr Noch ein Stück nach vorne für dich, Thomas Das ist sehr gut Ne? Dachte ich mir schon fast So Diese Kackampeln Warum ist es um 16 War eigentlich schon so stockfinster? Kannst du auch irgendwo nicht sein Scheiß Winter Könnte ich kotzen Oh, hoffentlich darf ich wieder durch so ein ganz enges Tor Aber ich glaube nicht Ne, ich glaube diesmal nicht Ne, ne So Wollen wir mal gucken Da ist schon einer Grüß dich Wollen wir mal gucken, ob es was im ersten Zug wird Meistens in der Aufnahme nicht Außerhalb der Aufnahme meistens So Da stehe ich ja jetzt schon komplett kacke Das ist ja Das freut mich immer schön Moment Was du da machst Ja, okay Ich stehe jetzt schon komplett scheiße Weil das Ding einfach Wo ganz anders steht Ja, ne Ich glaube, ne Das War ein guter Ansatz War gut gerettet Aber mir auch nicht Vor allem wenn zwei Leute einen Rückwärtsgang drin haben Dann wird es echt penetrant Das Geräusch Gibt, dass man das Missile Player nie hört Macht doch gar mein Motor aus Das ist ja nett Ich bin fertig Oh, dann muss die Achievement gekriegt Könnt ihr mal sehen Außergewöhnlicher Champion Level 147.075 Ja, sicher Ja, wenn ich mal als Profil nicht mehr habe Glaubst du, ich fange nochmal von vorne an Das machen wir eh Wenn hier die Beta draußen ist Oder sobald die Serverseite Den ganzen Kram machen Ja, Thomas Ich würde sagen Dann Beende ich meinen Part hier Und du kannst deine Aufnahme-Session beginnen Dann danke ich fürs Zuschauen Und dann sehen wir uns im nächsten Part Bis dahin Haut rein, Leute Jo, tschüss Und ich sage auch Haut rein, bleibt da geil Bis zum nächsten Mal Tschüssi, Kosti Euer Thomas Ciao, ciao